Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Masterbirth. Ja, wir wollten heute mal wieder spielen. Also ich alleine. Und ja, das Spiel müsste gleich beginnen. Und ja. Mal sehen, was wir so haben und bauen müssen. Frucht, 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 Frucht. Und ich bin in der Frucht. Ich sende zu schwer. das ein Jahr im Jahr nicht Oh, jetzt kommt eine stylische Banane da noch hin. Leute, ich kann keine Banane anbauen. Kann ich nicht. Kann alles spawnen aber keine Banane. Ich schreibe das jetzt bestimmt falsch, weil ich so ein Englisch-Crack bin, aber egal. Banane. 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 Oh, jetzt eine Ananas. Ja, die schaffe ich bestimmt nicht mehr. Also, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, okay, gut. Ich bin auch in den letzten Jahren. Alles klar! Das war's für heute und tschau!